Viele Vereine unterschätzen uns. Das ist auch der Fehler, denn wir wissen, okay, die nehmen das auf die leichte Schulter, dann wollen wir das auf jeden Fall gewinnen. Ja, also Essen ist eine relativ junge Mannschaft. Ich habe gedacht, ich passe prima hin, bin ja selber auch ein bisschen jünger. Wir haben einen super starken Teamgeist. Uns zeichnet das Passspiel aus, dass wir super gerne kombinieren. Ich will behaupten, dass das unsere Stärke ist, ja. Jung, frech, ein Team. Als allererstes haben wir uns natürlich vorgenommen, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und darüber hinaus die größeren Vereine zu ärgern. Die Spiele gegen Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, Potsdam, das sind halt immer besondere Spiele. Wenn man auch nur 80 Prozent gibt, dann weiß man, okay, damit kommt man nicht weit. Ich freue mich auf jeden Fall mit dem Team alles zu geben. 200 Prozent SGS Essen. Nicht zu unterschätzen.